Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute sehen wir uns die Viability Rankings von Scarlet, Violet, Yuyuti an. Bei den Viability Rankings sieht man, welche Pokémon derzeit laut den Usern hier, die man gerade sieht, am besten sind und die stimmen ja auch meistens. Also ja, was sind derzeit die besten Yuyo-Pokémon? Ja, das Beste, Yuyo-Pokémon ist Stahlobor. Dieses Pokémon ist ja vor einem Monat ins Yuyo-Tier gekommen und wirklich, ich habe das Pokémon gespielt, es gibt so viele Sets, speziell defensiv kann man dieses Ding sogar spielen, ist sehr beliebt. Natürlich ein Sandrush-Sweeper mit Despotar. Despotar ist auch ein sehr gutes Yuyo-Pokémon, wie man hier sieht, ein A-. Das heißt, dass Despotar eins der besten Pokémon ist, es bringt einen Sandsturm raus durch den Smooth Rock, ist der Sandsturm statt 5 Runden, 8 Runden draußen und das sorgt nochmal dafür, dass Stahlobor besser sweepen kann. Theoretisch kann man auch Mold Breaker spielen, das heißt, man kann Erdbeben auf Schwebepokémon, wie zum Beispiel Latios und Rotom Wash drücken und die Attacke macht einen immer sehr guten Schaden. Man kann es auch als Lead spielen mit Tarnstein, Erdbeben, Rocktop und Rapid Spin oder natürlich einfach mal mit Schwerzans und Erdbeben und Eisenschädel und Rapid Spin, das ist auch ein sehr beliebtes Set. Erdbeben ist auch sehr beliebt, so kann es immer in Bodenattacken reinkommen, so bekommt es keinen Spike-Schaden, was auch nochmal nett ist. Ich habe ja auch sehr viele Yuyo-Parts hochgeladen, derzeit lade ich ja auch ein paar Yuyo-Parts raus, denn ich habe Bock auf das Yuyo-Tune, das macht ja auch Spaß, muss ich sagen. Und ich habe eigentlich in jedem Team ein Stahlobor drin, denn es ist wirklich ein sehr gutes Pokémon. Tornado's T und Zapdos sind auch sehr gute Pokémon, S-Rank, die sind fast so gut wie Stahlobor. Tornado's T, ja, ich denke, jeder kennt dieses Pokémon, dieses Pokémon kann man wirklich sehr variabel spielen, entweder mit Offensive West oder mit den Heavy Duty Boots. Mit den Heavy Duty Boots bekommt es keine Tarnsteinschaden, es ist sehr bulky, es ist sehr schnell, es hat auch die Fähigkeit Rage Generator, Belebekraft im Deutschen, das heißt, wenn ich es rauswechselt, bekommt es nochmal ein Drittel HP zurück, ist immer sehr schön, mit Yuyo-Tune zum Beispiel, Abschlag hilft dem Pokémon auch nochmal. Und es kann ja auch Sweepen mit Ränkeschmied, ja, Ränkeschmied kann man das Pokémon auch spielen, du spielst dieser einfach sehr viel Speed und dann Spezialangriff und dann ist er auf Plus 2 und hat fast 640 Special Attack. Es hat auch gute Coverage mit Hitzebälle, so trifft es Stahl-Pokémon wie zum Beispiel Stahlobor, Sherox und Hurricane, ist ein sehr guter Flugstep. Man könnte auch Black Queen Storm auf diesen Pokémon spielen, wenn man will, dass eine Attacke eher trifft, aber dann könnte man auch Air Slash spielen. Es hat ja auch Match Bomb, Psychokinese, Terra Blast, Weatherball auch nochmal, ist auch ein sehr gutes Weather-Pokémon, denn Pelipe ist ja ins Yuyo-Ticket-Drop diesen Monat. Das heißt, man kann Wetter wieder besser spielen, Pelipe ist viel besser als die Entwicklung von Quapuzzi, nämlich Quaxel, da es zum Beispiel U-Turn mit sich bringt. Aber ja, Zapdos physisch defensiv ist dieses Pokémon unglaublich. Es ist meiner Meinung nach die beste physisch verteidende Wall, es hat auch Statik, das heißt zu 30% kann es den Gegner paralysieren, wenn es Kontakt bekommt. Kerden werden jetzt sehr beliebter Move, Lipton ist ein sehr beliebter Move und so können die Gegner zu 30% an Statik paralysiert werden. Werden wir uns die besten physischen Attacker ansehen, ja, zum Beispiel Latias ist ein spezieller Attacker, aber der Flip-Turn, Low-Kicks kann nichts gegen Zapdos machen, also kann es nicht Two-Shotten, außer mit einer sehr guten Rage. Azumaral will es auch nicht wirklich da reinkommen und wenn es eine Attacke drückt, wie gesagt, kann es paralysiert werden. Iron Ground ist ein spezieller Attacker, aber kann es auch nicht so viel gegen Zapdos tun. Barracuda, Ogapon, Xerox, es soll Xerox, Cobalium zum Beispiel, es kann sich ja auch Terra kristallisieren. Zapdos ist wirklich ein sehr gutes Pokémon, man kann das Pokémon auch offensiv spielen, aber ehrlich gesagt, finde ich die defensive Variante derzeit einfach so gut. Wenn ich so meine Yu-Yu-Teams ansehe, habe ich 1, 2, 3 in 3 Yu-Yu-Teams habe ich jetzt derzeit drin, also von 5 Shodan-Teams habe ich jetzt in 3 Teams, die wir gespielt haben. Also das Pokémon ist schon sehr gut, es hat auch die Heavy-Duty-Boot, so bekommt es keinen Tanschen-Schaden und Statik ist eine wirklich sehr gute Fähigkeit. Dann hätten wir im A-Plus-Rang Hydrapple, Latios, Low-Kicks und Slowking. Hydrapple, dieses Pokémon hat mich überrascht, ich habe es nicht wirklich im Yu-Yu-Teams benutzt, aber im Yu-Yu-Teams ist das Pokémon sehr gut. Es bildete auch einen sehr guten Core mit Boreos-T zum Beispiel, da haben wir das Pokémon zum Beispiel. Die beiden Pokémon bilden sehr guten Core, mit Slowking auch nochmal, hat man 3 sehr gute Belebe-Graft-Pokémon, die bilden wie gesagt einen sehr guten Core. Hydrapple ist sehr bulky, man kann es zum Beispiel auch physisch defensiv spielen, wir spielen es hier zum Beispiel Full-HP, jetzt war es eine physische Verteidigung und der Rest ein Spezialangriff. Das Pokémon ist es nicht schnell, aber es kann sich ja auch Terra kristallisieren. Aber das Gute an dem Pokémon ist, es hat Nastyblot, also Ränkeschmied, somit ist es auch ein Sweeper könnte man sagen, Gigasauger, Dragometion, Earthbauer. Dieses Set habe ich in allen Hydrapple-Teams gespielt und es hat wirklich immer sehr gut performt. Es wollt auch so viele Pokémon wie zum Beispiel Excalibur, Zapdos, vielleicht wenn es kein Hurricane hat, zum Beispiel auch alle Regenteams, Stahl-Pokémon wollt es. Es wollt auch zum Beispiel Ogaporn Cornerstone, es würde auch das One Worm gegen Tinkerton gewinnen, auch wenn es ein Feen-Pokémon ist. Man spielt auf dem Pokémon meistens nicht Knutter. Ja, dann kommen wir zu Latios. Latios, Choice-Packs Latios ist ein Sale. Die Gedanken-Mut-Variante ist auch unglaublich. Die Choice-Graft-Variante ist auch unglaublich. Also das Pokémon, egal wie du dieses Pokémon spielst, es gibt so viele Varianten wie du das Pokémon spielst und es ist derzeit mein Lieblings-Pokémon, was ich am liebsten derzeit spiele im Ju-Ju-Tier. Wie gesagt, Walglas, Call-Mind plus Donnerblitz, Call-Mind einfach mit Recommend Your Last Appear to Recover, Offensive, Only-Call-Mind, Choice-Graft, Life-Orb, Seelenzauer. Ja, es kann ja auch Drachentanz, aber sind wir mal ehrlich, das werden wir jetzt nicht spielen. Aber einfach Choice-Backs, du kannst nicht in das Pokémon reinwachsen. Ich liege gerne mit diesem Pokémon und dann kannst du einfach Draco-Meteor drücken und ein Pokémon bekommt sehr viel Schaden. Und du kannst hier auch nochmal Terra-Kristall-Sinn in den Drachen-Typen und dann macht Draco-Meteor so viel Schaden. Es macht einfach so viel Spaß mit diesem Pokémon zu spielen. Logix, ja mit dem Pokémon habe ich ein paar Probleme, muss ich sagen. Denn ich finde, das Pokémon sieht eigentlich nur auf dem Blatt Papier sehr gut aus. Jede Resistenz bekommt so viel Schaden dank der Fähigkeit Tinted Lens. Also alle Pokémon, die resistieren, bekommen normalen Schaden drauf. Und First Impression ist eine sehr gute. Attacke natürlich, Käfer-Attacke. Choice-Band Low-Kicks ist einfach sehr gut. Oder so ein Life-Up-Set ist auch sehr gut. Es kann auch Schwerzern, U-Turn, Knock-Off, Sack-Punch. Es hat gute Attacken, es hat gute Fähigkeiten. Aber wir spielen normalerweise Tinted Lens auf diesem Pokémon und es macht ja auch Schaden. Das Pokémon ist nicht bulky, das muss man schon sagen. Aber es haut rein. Aber was ich sagen muss, es kann nicht so viele Pokémon One-Shotten, die es sehr effektiv trifft. Zum Beispiel Slowking, überlebende Attacke, Despot zur überlebenden Attacke. Es macht schon 50% gegenüber Pokémon, die es resistieren. Bei Zapdos ist es vielleicht nicht so. Aber es kann nicht Pokémon One-Shotten, die jetzt etwas KP-Investment haben, wie zum Beispiel Despot und Slowking. Und das ist das Problem an diesem Pokémon. Aber man muss vor diesem Pokémon Angst haben. Man muss sich vor diesem Pokémon brappen. Mich freut es, dass so ein Anfangs-Starter-Kilfe-Pokémon so gut ist. Die Fähigkeit macht so viel bei den Pokémon aus. Und Terror Bug, First Impression, macht einfach so viel Schaden. Slowking, wir haben schon vorher kurz über dieses Pokémon gesprochen. Chili Reception, Belebekraft, einfach in den Sinn. Ich glaube, ich muss nicht mehr über dieses Pokémon sagen. Es war ja auch für eine Zeit lang im OU-Tier und das berechtigt. Kommen wir zum A-Rang. Azumiral, Choice-Bin-Azumiral ist gut. Ich habe eine offensiv-festen Variante versucht. Ist auch sehr gut. Zählt somit sehr viel. Und man muss sich immer Angst vor die Bauchtrommel-Variante haben. Auch wenn mich noch keine Bauchtrommel-Variante gesweept hat. Ich kann mir vorstellen, im Regen ist so ein Choice-Bin-Azumiral oder so ein Bauchtrommel-Azumiral sehr gefährlich. Ich muss sich auf jeden Fall immer vor diesem Pokémon brappen. Und du kannst nicht so viele Pokémon rein-switchen. Sehen wir mal. Welche Pokémon kannst du in so ein Choice-Bin-Azumiral rein-switchen? Zapdos vielleicht noch. Tinkerton vielleicht noch. Aber wenn es eine Wasser-Zacke drückt. Es ist halt leider nicht so bulky, auch wenn es sehr viele HP hat. Es ist nicht schnell. Und wenn man weiß, welches Set das ist, dann kann man schon reagieren. Aber bevor man nicht weiß, welches Set das ist, macht das Pokémon dir wirklich sehr große Angst. Iron Crone, Double Dance-Sweepen mit Agilität, Store, Power, Gedankengut. Ist sehr gut. Sweept sehr viele Pokémon. Komo, das ist ein überraschendes Pokémon, das auch sehr gut ist. Also Komo hat gute Stats. Natürlich muss es dann gut sein. Aber mich überrascht es, dass man es auf so viele Varianten spielen kann. Drachentanz, Mix, Physisch, Special, Grangerous Souls, Physisch-Defensiv zum Beispiel. Es gibt so viele Varianten, wie man das Pokémon spielt. Mir gefällt derzeit die Mixed-Variante mit Clanching-Scales, Narkam, Flammenwurf und Tarnsteine. Es kann auch nochmal Tarnsteine, was dem Pokémon auch nochmal hilft. Es hat zwei gute Fähigkeiten, Bulletproof oder Soundproof. Soundproof hilft zum Beispiel gegen Boomburst. Bulletproof hilft dir gegen Sherox zum Beispiel. So würde Bullet Punch nicht funktionieren. Also ja, Komo ein sehr gutes Drachen-Kampf-Pokémon. Ist auch das bestgerankte Kampf-Pokémon. Es gibt auch nicht so viele Kampf-Pokémon, die sind hier, die nützlich sind. Außer Keldia zum Beispiel, aber der ist speziell. Resalderus, der ist so ein Sweeper. Und Quakwavel auch. Bei Komo muss man erst scouten. Ist es speziell, offensiv, physisch offensiv, Drachentanz oder Clangerous Souls. Oder ist es physisch defensiv. Hat es die Tarnsteine. Ja, das Pokémon ist sehr variabel. Dann Ogapon Cornerstone. Ogapon Cornerstone. Und sprechen wir über das andere Ogapon. Das andere Ogapon ist im A-Rang. Es gibt eigentlich nur ein Set, was man spielt. Schwerzahn, Hornleech, Ivy Carden und Abschlag. Aber das reicht schon. Dieses Set macht einfach, dass das Pokémon richtig gut ist. Es ist sehr schnell. Es macht sehr guten Schaden. Es tankt auf jeden Fall immerhin eine Attacke dank Sturdy. Also das Pokémon kann schon austeilen. Es ist simpel. Aber es macht auch Schaden. Tinkerton. Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Tinkerton immer noch so gut im Jujo ist. Aber ich habe es in zwei Teams gespielt. Und seit dem Anfang der Generation ist es ein Jujo-Pokémon. Ein sehr gutes Jujo-Pokémon. Es war für eine Zeit lang im R.U. Dann ist es wieder ins Jujo gekommen. Und zurecht. Das Ding ist einfach nur insane. Und man spielt eigentlich auf den Pokémon immer die gleichen vier Takte. Das Investment sieht vielleicht mal ein bisschen anders aus. Aber dieses Pokémon performt immer. Man spielt jetzt mit Gigaton Hammer. Eine richtig starke Stahl-Attacke. Base 160. Dann noch Abschlag. Tarnsteine. Zugabe. Das Pokémon ist ein richtig guter Supporter. Es supportet jedes Team auf jeden Fall. Tarnsteine und Zugabe. Seht euch die Parts an, wo wir dieses Pokémon gespielt haben. Zugabe hat immer geholfen. Du lockst das Pokémon auf eine Attacke und dann kannst du in ein anderes Pokémon reinwechseln. Besonders in so ein bulkigen Team, wie wir es hier spielen, ist dieses Zugabenset sehr gut. Und Gigaton Hammer macht immer sehr viel Schaden. Auch wenn wir nicht so viel Angriff haben, macht die Attacke zumindest etwas Schaden. Abschlag ist auch immer sehr schön. Ja, man kann es auch mit Schwertern spielen, aber ich bin kein Fan von Tinkerton. Und was ich noch anmerken kann, dieses Ding hat einen guten Speed. Aber es ist nicht so bulky, wie man denkt. Das ist das. Man muss ein bisschen scouten mit den Pokémon, aber wenn man mit denen gut spielt, dann performt das richtig. Man kann es auch im Oyo spielen, muss man sagen. Dann haben wir A-Pokémon. Da haben wir Wasserpokémon, wie zum Beispiel Barracuda, Greninja, Pellippa. Aber Regen ist sehr beliebt. Ich kann mir Barracuda, Pellippa, Boreos-T sehr gut in den Regenteam vorstellen. So Choice-Bags, Hurricane von Boreos-T würde schon guten Schaden machen. Man kann aber auch Azumara spielen. Ich habe derzeit noch nicht gegen einen Regenteam gespielt, aber ich denke, das wird sehr gut sein. Hydrop ist halt ein sehr guter Counter, aber Pellippa könnte Hurricane. Da muss man ein bisschen rumspielen. Aber Wasser-Teams sind schon sehr stark. Akane Hisui. Ja. Immer wenn ich Akane Hisui sehe, denke ich, dass das Choice-Banded ist. Aber man kann das Ding ja auch mit den Heavy-Duty-Boot spielen oder Choice-Garth. Es macht sehr viel Schaden, es hat Reckless. Das Problem an den Pokémon ist, Health Smash ist wie Stone Mist. Die Attacke trifft oder trifft nicht. Wenn sie nicht trifft, wird es meistens gewohnt, dass da eine Vierfach-Boden-Vierfache-Wasser-Schwäche hat. Es ist schnell genug, schnell genug muss man sagen. Es hat genug Bulk. Aber du musst einmal reinwechseln in das Pokémon und dann muss der Gegner schon nicht rauswechseln. Es ist so ein Hit-and-Run-Pokémon. Du gehst rein, predictest oder drückst einmal Flammenblitz oder Head Smash und wechselst wieder raus. Turbo-Tempo kann es auch nochmal, was sehr gut ist. Scherox, Choice bei einer Bullet-Punch oder eine Bulky-Variante mit Schwerthans oder Offensiv-Schwerthans. Ja, Scherox ist einfach so gut wegen Bullet-Punch. Es gibt nicht so viele Pokémon, die den Bullet-Punch reinwechseln. Aber ich sehe gefühlt Zapdos in jedem zweiten Team mindestens. Oder Komo ist auch sehr guter Counter. Das Pokémon hat schon ein paar Probleme. Aber in einem Hyper-Offensiv-Team finde ich, ist das Pokémon ein Muss. Es ist so ein Alolo-Volona-Team, was einfach schnell Sweepen will oder Schaden machen will, ist Scherox ein Muss. Es hat aber auch sehr viele Counter, wie zum Beispiel Pelipper, Skelly-Durch, Komo, Zapdos, Thornti auch noch könnte man sagen, Kobalium, Mandibus, Toxapex. Es hat schon sehr viele Counter, aber trotzdem ist das Pokémon immer gefährlich. Skelly-Durch, ja, ich hasse es gegen Skelly-Durch zu spielen. Ich spiele derzeit nicht so gerne Set-up Pokémon, wie zum Beispiel Scherox. Einfach aus dem Grund, immer wenn ich so ein Team spiele, so ein Hyper-Offensiv-Team, spiele ich gegen Skelly-Durch und Skelly-Durch-Wald einfach. Man kann Skelly-Durch in jedem Team spielen und dieses eine Set, dieses Mix-Set mit Torch-Songs, sorgt dafür, dass es Pokémon verkrüppeln kann mit Will-O-Wars. Es kann sich heilen und kann sich mit Torch-Songs auch nochmal boosten und die Attacke ist sehr stark. Du drückst die Attacke und der Spezialangriff steigt nur 50%, du drückst die einmal und dann hat es schon über 370, 380 Spezialangriff, was schon unglaublich ist. Und Geist ist auch eine sehr gute Coverage. Du kannst jetzt nicht wirklich Pokémon wie Despota reinwechseln, Wasser-Pokémon kannst du reinwechseln. Aber du kannst zum Beispiel keine Drachen-Pokémon wie Komo, Latius reinwechseln. Für Latius haben wir Hex, für Komo haben wir Will-O-Wisp. Du kannst auch nicht physische Wasser-Pokémon reinwechseln und generell physische Pokémon wegen Ehrlicht. Das Pokémon walt sehr viele Pokémon. Es ist einfach so verlässlich und ich mag es. Despota, mich freut es, dass Despota wieder so gut ist im Jujuts hier. Dank Stahlobor ist es besser, aber ohne Stahlobor kann man Despota auch auf jeden Fall spielen. Despota ist ein sehr gutes Pokémon, man kann es Choice-Man spielen. Aber wenn man den Sandstorm länger draußen hat, spielt man es gerne mit Smooth-Rock wie gesagt. Es kann Tarnsteine, Abschlag, Donnerwelle, Steinkante. Es kann das Team auf jeden Fall sehr gut supporten. Man kann es auch im Oyo spielen. Man muss nicht Stahlobor im Team haben. Man kann derzeit auch die Drachentanz-Variante spielen. Aber leider muss ich sagen, du musst mindestens Plus-2 sein und wenn du dich Terra-Kristallisierst in den Flugtypen, und das ist ein Muss eigentlich, dass du den Terra-Flugtypen nimmst, bekommene Sandstormschaden. Das ist irgendwie crazy bei den Pokémon. Also, ich rede davon, dass Despota gut ist im Jujutsi, aber es ist Despota bis Generation 8 der Oyo-König, könnte man sagen. Der war immer im Oyo-König gut aus in der 9. Generation, da ist er auch noch immer noch okay. Und jetzt ist das Jujutsi gedroppt. Und ja, es ist einfach unglaublich, dass das Pokémon im Jujutsi ist. Es spielt jetzt seit Generationen im Oyo und es ist einfach unglaublich. Aber ja, es ist im Jujutsi, und da vielleicht zurecht, aber es ist auch sehr gut im Jujutsi. Es wollen zum Beispiel auch Wasser-Teams, Regentanz-Teams, Plippa-Teams. Ja, das waren so eigentlich die Pokémon, über die wir geredet haben. Wir reden kurz noch über die anderen Pokémon, das geht eh schon wieder zu lange. Im B-Rang rede ich nur über bestimmte Pokémon. Die ich öfter sehe. Keldio, Choice-Bex, Choice-Garfe, Keldio, unglaublich. Kann man gut mit Lazio spielen, jetzt kann auch Flip-Time, Vakuum-Welle. Manibus, mich überrascht das, dass das Pokémon nur im B-Plus ist. Aber ja, es ist zurecht, glaube ich, nur im B-Plus. Denn wenn du ein defensives Flug-Pokémon spielen willst, spielst du Zapdos. Außer du wirst Auflockung spielen, dann spielst du Manibus. Ich habe Manibus schon in ein paar Teams hier drinnen, zum Beispiel in diesem Team. Diesen Team ist es sehr gut mit V-Blade, Devog, Toxic, Roost. Es kann schon Attacken, die Zapdos nicht kennen, wie zum Beispiel Devog, Toxic, Auflockung, Toxin sorgen einfach nochmal dazu, dass das Pokémon abfuckt. Man kann nicht so wirklich physische Pokémon reinwechseln, wegen V-Blade, es kann Newton, es kann einfach sehr viele Sachen machen und ich mag es im Jujo-Tier. Metagross ist ein Jujo-Pokémon. Ja, bei Metagross, das ist wirklich schwer. Es macht Schaden, aber irgendwie underperformt es immer, wenn ich das Pokémon benutze. Also, wenn ich gegen ihr spiele, macht es immer Arbeit, aber wenn ich ihr spiele, finde ich das Ding nicht so gut. Also, es passt, es hat Abschlag bekommen, es supportet jedes Team. Stahl, Psyche, eigentlich ein guter Typ, besonders bis zur 5. Generation. Dann hätten wir noch zwei Bulky, Wasser-Pokémon, Rotomwash und Toxapex. Dass Toxapex nur im B-Plus-Rang ist und das im Jujo-Tier ist insane, muss ich sagen. Es wollen sehr viele Pokémon, es kann Haze, Toxin, Toxic Spikes. Ist es das einzige Gift-Pokémon, was so hoch gerankt ist? Ja. Es wollen auch sehr viele Pokémon. Leider kann es nicht mehr Siedewasser und Abschlag, was ein bisschen schade ist, aber es hat immer noch Belebekraft. Aber es muss mit einem anderen Belebekraft-Wasser-Pokémon konkurrieren, nämlich Sloking. Das kann Chill Reception zum Beispiel, Seah, Donnerwelle. Bevor ich Toxapex spiele, spiele ich doch Lusho-King, das muss ich schon sagen. Aber Toxapex ist immer noch berechtigt, es wollt andere Pokémon. Aber wenn es um generelle Belebekraft-Wasser-Pokémon geht, spiele ich erst Lusho-King. Im B-Rang haben wir zum Beispiel Terrakium. Dieses Pokémon war am Anfang im Pio-Tier. Jetzt ist es schon im Rare-Ustier. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ins Jujo-Tier hochkommt. Joy-Scarp, Terra-Kampf, Nahkampf, Terrakium ist insane, ich mag es. Ursa-Luna ist nur im B-Rang. Ich finde das Pokémon sogar im Overused besser als im Jujo-Tier. Es ist sehr bulky, im Trick-Room ist es ein Muss. Es tankt sehr viele Attacken und es macht auch Schaden. Im B-Rang haben wir sehr viele Pokémon. Ressadero darf man nie vergessen eigentlich. Aranestro-Gastrodon habe ich nicht gesehen. Emungos kann man auf jeden Fall spielen, auch wenn Spawn nicht mehr erlaubt ist. Was mich überrascht, dass man Heasery-Gudra so oft sieht, obwohl es in einem C-Plus-Rang ist. Ich mag das Pokémon, aber ich spiele es deshalb nicht so gerne. Es gibt generell bessere Stahl-Pokémon, die man spielen kann. Drachen-Pokémon auch. Es ist natürlich bulky. Das muss man schon sagen, besonders auf der speziellen Seite. Aber es konkurriert halt mit anderen Stahl-Pokémon, wie zum Beispiel Tinkerton. Bevor ich Heasery-Gudra spiele, spiele ich Tinkerton, wenn ich ein Stahl-Pokémon brauche. Denn das Pokémon macht meistens seine Arbeit gut. Natürlich, Gudra-Heasery ist ein Stahl-Pokémon. Kann man spielen als speziell defensiver Wall oder als Body-Breath-User. Das Pokémon kann schon auf jeden Fall was. Es hat ja auch gute Stats. Und es kann sich auch immer noch Terra-Kristallisieren. Aber ich finde, das ist ein Muss. Das Pokémon ist ein R.U.P.L. und das ist nur im C-Plus-Rang. Ihr müsst euch so vorstellen. Für ein halben Jahr hat man überlegt, ob man dieses Ding im O.U. banen soll. Und jetzt ist es nur im C-Plus-Rang im U.U. Tier. Und es ist sogar ins Ari gekommen, aber da gebannt worden. Schon ein bisschen traurig. Hyperoffense ist nicht so gut, wenn man Alolo Volona in den C-Rang sieht. Und auch noch zum Beispiel Crimson Hall. Das sind solche Screensleger. Da merkt man, dass derzeit Hyperoffense nicht so gut ist. Aber ich finde auch Bulkieoffense Balance sehr gut. Stall müsste ich vielleicht nochmal probieren. Und ja, Galar Weezing. Das einzige Pokémon, was im Unity ist. Bei Usage. Also es gibt genug Leute, die dieses Pokémon spielen. Und was war das? Aber. Ja. In sehr vielen Kämpfen haben die Gegner das benutzt. Aber ich finde das Ding jetzt nicht so gut. Immer wenn es gegen mich gespielt hat, war es kein Problem. Natürlich die physisch defensive Variante mit Rocky Helmet nervt ein bisschen. Aber es gibt zum Beispiel Überbrückung Stahlobor. Weezingalas sollte eigentlich das Pokémon wollen. Aber Überbrückung, Stahlobor kann das Pokémon einfach wollen. Und ja. Es ist. Es sollte physisch defensive Variante sein. Kann es noch auflocken in diese Generation. Kann es noch auflocken in diese Generation. Das wäre wichtig eigentlich. Ja, es kann. Defog, Willowiss, Painsplit, Strange Beam. Es macht nicht wirklich Schaden und Verwirrung. Ist es in der neunten Generation auch nicht mehr so gut. Also ich verstehe, warum es in der Rang ist. Aber in der Lowlader benutzen sehr viele Leute dieses Pokémon noch. Das muss ich schon sagen. Ja, das waren eigentlich über die Pokémon, die ich gesprochen haben will. Was ich auch noch in Seen finde. Gengar ist nur im C-Rang. Das Ding ist ja schon im Aryu. Ist das im Aryu-Tier gebannt? Gengar. Nein. Dass Gengar im Rallyu-Tier ist, ist auch in Seen. Muss ich sagen. Aber ja. Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr findet, was das beste Pokémon ist. Ist Stahlobor berechtigt? Ich finde schon das Stahlobor das beste Pokémon ist. Als zweitbestes Pokémon war für mich Latios. Es ist für mich ein sehr gutes Lead-Pokémon. Es ist sehr variabel. Es macht Schaden. Es ist bulky auch, würde ich mal sagen. Aber ja, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis dann.